Als ehemaliger Fussballgoori liegt mir Sport am Herzen und darum gratuliere ich Wien 4 ganz herzlich zum 5-Jahre-Jubiläum. Was hier entstanden ist, ist grossartig und unglaublich. Und was noch entsteht, das ist einmalig für die Schweiz. Was hier im Wien-Turm steht, kommt der Sport- und Gesundheits-Olympe. Und da wollen wir helfen, diesen mitzufüllen, mit Leben zu füllen. Dafür stehen wir Haus auf Winterthur. Wir vom Fussverband Region Zürich sind seit der Öffnung von Wien 4 dabei und führen hier unsere Trainerausbildungen durch. Die ausgezeichnete Infrastruktur mit diversen Theorieräumen und dem Gastro-Bereich im Larena und der umliegenden Fussballplätze inklusive Kunststrasse sind die ideale Voraussetzungen für unsere Trainerklasse. Inspirierend ist auch immer wieder der Austausch mit anderen Sportlerinnen und Sportlern, die sich hier im topmodernen Sportzentrum bewegen. Wir gratulieren dem Wien 4 ganz herzlich zum Geburtstag und hoffen auf eine weiterhin tolle Zusammenarbeit.